Hallo von Herzen, meine lieben Wasserzeichen. Ich begrüße die Krebs, Skorpione und Fische Geborenen zu eurer neuen 14-Tagelegung. Ich habe die Karten wie immer schon springen lassen, wird da auch gleich in die Deutung gehen. Ihr bedenkt bitte, es sind allgemeine Energien, das heißt, sie müssen aber nicht auf euch zutreffen. Und sollte euer Mond, Mars, Venus und Aszendentenzeichen in einem anderen Element oder in einem anderen Zeichen sein, könnt ihr auch gerne dort noch die Videos anschauen. Ich fange wie gesagt gleich an, wir gucken mal, was ich hier zeigen möchte, da haben wir das Kleeblatt. Also, es könnte sein, dass sich bei den Wasserzeichen, oder zumindest die beginnende Energie, mit der ihr in diese nächsten 14 Tage geht, übrigens vom 4.7. bis 17.7. ihr Zucker-Schnuten, könnte es sich hier nochmal um das Thema kleines Glück handeln. Es kann aber auch um das Thema Ungeduld gehen, also Dinge, die schnell passieren. Das Kleeblatt ist eine relativ schnelle Energie, für mich immer innerhalb 2-4 Wochen. Und es kann sein, dass ihr euch hiermit etwas beschäftigt, dass ihr nochmal prüft, was macht euch glücklich, oder dass ihr so kleine Glücksmomente habt. Das Klee ist für mich aber auch immer die Essenskarte. Also, es könnte auch sein, dass ihr euch nochmal ganz spezifisch hier mit dem Thema Ernährung auch auseinandersetzt. Aber auch mit, ja, wie soll ich sagen, wirklich mit Glücksmomenten. Was bereitet euch Glück? Was, wie stellt ihr euch Glück vor? Also, es ist so eine Energie, eine schnelle Energie einfach auch, ne? Mit dem Reiter, also irgendetwas passiert hier schnell. Es kann aber auch sein, dass ihr mit einer sehr dynamischen Energie in die nächsten 2 Wochen startet. Es kann aber auch sein, dass hier schöne Meldungen kommen, ne? Kleeblatt und Reiter ist für mich auch immer die Konstellation. Hier kommen relativ schnell positive Meldungen auf euch zu, Kommunikation. Es könnte sich ja aber auch eine männliche Person auf euch zu bewegen oder jemand, wie gesagt, kommt hier auf euch zu. Ja, es kann aber auch sein, dass man hier versucht, anfängt, wieder Sport zu machen, ne? Man entscheidet sich, Ernährung umzustellen, mehr in die Bewegung zu gehen, ne? Der Reiter ist für mich auch immer die Karte der Aktivität, der sportlichen Betätigung. Dann haben wir hier den Turm. Erste Intention ist, es kommen positive Meldungen bezüglich Ämtern und Behörden auf euch zu. Es kommen positive Bewegungen in alle Formen von selbstständiger Arbeit rein, ne? Es kann aber auch sein, dass man hier aus einer Rückzugsenergie rausgeht, ne? Der Turm steht ja auch immer für eine Rückzugsenergie. Das heißt, die Wasserzeichen haben sich vielleicht in der Vergangenheit einfach so für sich ein bisschen rausgezogen, haben für sich geprüft, was will ich. Es geht auch hier um Werte, ne? Der Turm ist für mich in der Astrologie auch immer Saturn. Und Saturn ist der Prüfplanet. Also vielleicht haben die Wasserzeichen oder einige Wasserzeichen unter euch hier wirklich ganz viel geprüft und für euch herausgefiltert oder versucht herauszufiltern, wie soll es denn hier für mich weitergehen? Wir gucken mal, da haben wir hier die Uhr, ne? Die Uhr ist der Hinweis darauf. Es geht irgendwie ganz viel um das Thema Zeit. Das ist eine Zeitkarte. Hier geht es um was Schnelles. Die Uhr ist immer der Hinweis im Lennomong. Was machst du mit deiner Zeit? Wie effektiv gehst du mit deiner Zeit um? Es kann auch nochmal der Hinweis sein, dass man sich hier darüber Gedanken macht, ja, wie wertvoll ist meine Lebenszeit? Wie möchte ich meine Lebenszeit verwenden, ne? Ich sag mal so, Zeit ist verdammt wertvoll, aber auch verdammt schnell geht die Zeit vorbei, ne? Gerade umso älter man wird. Ja, das hat mein Vater früher schon immer gesagt, umso älter du wirst, umso schneller vergeht die Zeit. Ich wollte es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Und hier ist es halt nochmal der Hinweis. Also es kann wirklich sein, dass ihr vielleicht auf etwas länger gewartet habt, auf eine Meldung, auf eine Information und die müsst ihr jetzt bald eintreffen. Es ist aber wirklich auch nochmal der Hinweis, dass ihr euch hier ganz klar Gedanken darüber macht, Überzeit, Zeitmanagement, ne? Vielleicht stellt ihr euch neu auf, vielleicht habt ihr neue Arbeitszeiten in einem Unternehmen, dass ihr dann mehr Zeit auch für euch habt. Also alles, was so mit dem Thema Zeit und Planung hier ist, das könnte in den nächsten zwei Wochen wichtig werden. So, und dann haben wir die Schlange. Die Schlange steht für das Thema Heilung. Vielleicht haben einige Wasserzeichen unter euch hier wirklich auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Gerade so, was Darm, Magenbereich angeht. Deswegen hat man hier vielleicht auch die Ernährung umgestellt, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass ihr hier auch wirklich Geduld beweisen dürft, ne? Am Anfang vielleicht relativ ungeduldig, der Hinweis der Karten, aber habt Geduld. Und hier liegt dann zum Schluss auch wirklich die Heilung drauf. Langfristige Heilung. Also ihr wollt hier wirklich auch langfristig etwas verändern, ne? Sei es Ernährung, Zeitmanagement, Work-Life-Balance, ne? Also ihr habt hier wirklich jetzt, ja, euch ganz viel damit konfrontiert, dass es euch besser geht, ne? So, wir schauen mal hier. Ach, da haben wir wieder die Geduld, ne? Also wieder eine Zeitkarte. Die sieben Münzen ist auch wieder eine Zeitkarte. Es ist aber auch die Erntekarte, ne? Wie hier, ne? Also ich habe wirklich das Gefühl, die Wasserzeichen arbeiten ja an etwas, wo es wirklich darum geht, langfristig positive Veränderungen herbeizuführen und aber hier wirklich der Hinweis und, ja, wirklich in der Geduld zu sein. Es kann aber auch möglich sein, dass hier eine Geduldsphase, also etwas, was euch länger belastet hat, jetzt plötzlich, aufgrund dessen, dass ihr so geduldig wart, endlich jetzt vorwärts geht, ne? Wir gucken mal, was sich hier noch zeigt. Der Ritter der Schwerter. Auch eine schnelle Karte. Der Ritter der Schwerter ist für mich in Verbindung mit den anderen Karten wirklich etwas, was sehr schnell und plötzlich kommt. Es kann sich hier um Kommunikation handeln. Da haben wir hier wieder unter dem Reiter, den Ritter der Schwerter. Kommunikation sehr plötzlich, unverhofft. Eine Geduldsphase wird hier beendet. Eine Wartefrist geht zu Ende. Ich bin mal gespannt, was ich hier noch... Der Tor, das gibt es ja nicht. Guckt euch das mal an. Der Turm unter dem Turm. Also ich habe wirklich ganz, ganz massiv das Gefühl, dass die Wasserzeichen hier in eine plötzliche Aktivität, schnelle Bewegung, vorwärts schreiten. Also wirklich eine Situation, die euch lange gehemmt hat, lange stagniert war. Das geht jetzt hier raus. Also da passiert etwas. Aber es könnten auch hier wirklich nochmal Ämter und Behörden eine Rolle spielen. Etwas, was... Ihr habt euch entschieden, eine Situation, die euch in der Vergangenheit belastet hat, nicht mehr so zu machen. Also wirklich auch Wandel, Transformation. Oder positive Meldungen, die hier plötzlich unverhofft auf euch zukommen, wo ihr dann merkt, okay, jetzt kann ich hier aus einer Situation, die nicht vorwärts ging, endlich wieder rausgehen. Vielleicht kommt hier aber auch wirklich jemand auf euch zu, der sich lange Zeit zurückgezogen hat. Es könnte sich natürlich auch hier durch die Schlange auch um eine weibliche Person handeln. Also irgendjemand, es könnte eine Mutterfigur sein, eine Schwesterfigur, aber auch vielleicht eine alte Freundin, eine alte Kollegin, könnte es hier nochmal in die Kommunikation gehen. Etwas, was man lange ausgesessen hat, ne? Und das wird jetzt hier beendet. Guckt mal den Stern. Das ist einer der drei Schutzkarten im Tarot. Der Stern aus dem Tarot, was kommt danach, ist für mich auch, ihr erntet irgendwas. Also da, wo ihr lange Geduld bewiesen habt, wo ihr vielleicht auch lange etwas ausgehalten habt, da kommt jetzt der positive Wandel rein. Und hier haben wir die vier Stäbe. Die vier Stäbe ist die Karte der Hochzeit, ne? Also hier, wo es, also ich habe, da passiert was, ihr Süßen. Also wirklich etwas, womit ihr jetzt überhaupt noch nicht rechnet, kommt hier Heilung rein, Stabilität. Es geht viel um das Thema Zeit. Wie gesagt, auch das Thema Ernährungsumstellung, ne? Ja, vielleicht ist es wirklich so, dass ihr hier auch gesundheitliche Probleme hattet, aber auch da liegt hier ein positiver Wendepunkt drauf, ne? Ich will nochmal hier gucken, was sich aus dem Lennomang noch zeigt. Weil, ich glaube, mehr als hier wirklich zu sagen, aus einer staktierenden Situation kommt Bewegung, Heilung und Stabilität auf euch zu. Ich will mal gucken, was sich hier noch, ich lasse sie ja immer springen, ne? Guckt mal, da haben wir schon welche. Dem Bären und die Vögel, Kommunikation, eine männliche Person, ältere männliche, könnte auch ein Vaterthema sein, ne? Irgendeine männliche, ältere Person kommt ja auf euch zu. Auch das Thema Kraft und Stärke, Stabilität, ne? Ähm, also ihr kommt hier wirklich in eine wunderbare Phase. Das könnte, das ist auch noch, fällt mir auch noch auf, der Turm. Ähm, wir haben ja momentan auch den Saturn rückläufig. Und ich sagte ja vorhin, der Turm ist für mich auch in der Astrologie hier dann auch Saturn. Es geht hier wirklich nochmal um alte Prüfungen, die ihr zu bestehen habt, ne? Die haben euch hier wahrscheinlich auch ein bisschen Kräfte geraubt. Aber ihr kommt jetzt wieder in eure Energie. Ihr habt eine Prüfung erfolgreich beendet. Und das wiederum bringt euch hier langfristig auch in die Heilung. Ne? Wartet mal, ich kann mal schauen. Guckt mal, das ist ein Thema Selbstwert, ne? Das könnte sich auch um das Thema Finanzen handeln. Und guckt mal, wieder der Stern. Also ihr Süßen, ich sag euch, wer in dieser Reisegruppe ist, kommt aus einer schwierigen Lage raus. Der Mond steht ja auch alles nochmal für alte Ängste, Zweifel, aber auch für innere Kindthemen. Der Mond in der Astrologie steht auch für die Mutter, aber auch fürs innere Kind. Das lege ich mal hier auf die Schlange, weil es auch das Thema Heilung ist. Psyche. Ihr werdet hier wieder stabiler, ne? Ähm, eure Nerven, ne? Wenn ihr jetzt wirklich nervlich sehr angespannt wart, die Nerven gehen in die Stabilität. Ihr kommt hier wirklich in euren Selbstwert. Es kann sich, wie gesagt, auch um finanzielle Angelegenheiten handeln, ne? Und das ist für mich auch immer, Kreuz und Sterne, ist für mich auch immer Auflösung von Karma. Ihr habt erfolgreich eine Lernaufgabe bewältigt. Das hatte ich ja hier vorhin auch schon gesagt. Also ihr Süßen, äh, ich, ähm, mach jetzt auch mal hier einen Cut, ne? Laber, Rhabarber, ähm, hier kommt definitiv positive, oder kommen positive Wandel auf euch zu. Ja, und ich hoffe, hier sind ganz viele von euch in der Reisegruppe. Ähm, weil das finde ich wirklich eine Wahnsinnsenergie, ne? Ja. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich wünsche euch bezaubernde zwei Wochen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. War nicht zu Kauderwelsch, ähm, und, ja, bis dahin, eure Helene. Untertitelung des ZDF, 2020